natürlich das hintergrund rauschen was eine große Hülle lass ja meinen Ruhl und schläge 5 Mainz 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 über alter stört hoch hoch den er sich dazu belegt das ist ein bisschen das andere Gure das er hat doch die Jürgen der Krippe der Papier die Städte Frau Rastet aus bald bald verarbeitet hier äh tut sie Taten folgen lassen mit Affekt tut sie Taten tun das ist das man keine Maschinen gewähren waren kann das ist mein Kopf was soll das bringen ich glaube ich würde euch alle abbananen ich glaube ich grüße bis man mal Motto-Wort für drei spielen ich habe bloß gekünstelt na und? ach du kannst es noch höher alter ich habe gerade das dickste Problem der Weltgeschichte ich habe drei Creeper in meiner Höhle oh das hat gerumpzt zwei Creeper in meiner Höhle weißt du was das geniale gerade war? sie haben drei Blöcke weggesprengt na das ist eine super Ausbeute das ist nichts so geh hoch du viel danke dann noch einmal damit waren sie alle weg ach so Kohle wackeln haben wir nicht mehr ne wir haben alles gesichert seitdem du kamst wie viel Kohle haben wir aber inzwischen verbraucht genug mehr ist genug also die ganze Höhle hier ausleuchten wird echt nicht mach nen Lavasee hin na danke kein Interesse Unfall rein das überlascht der Chrissy Herr was? und die Lava aus dem Falle das überlasse ich dir Er hat drei bitte das finde ich nicht wittlich oh mein Gott oh ist das Tag wow oh mein Gott Hey ich krieg mir alles live in der Höhle mehr so jetzt brauch ich natürlich Sand was sagt uns das was entkommen oder endermen in das ist mit dem ich überzeugen kommst nicht in recall du hast mich nur weil ich schwarz bin das wirst du jetzt nicht wissen kommt ein creeper angeschwommen bringe ich ihn gern mal um das tat weh aber er ist tot und du auch nein das hättest du gesehen naja stimmt naja gut da habe ich auch gerade eh nicht hingeguckt ich guckst ja nie wenn ich was mach was du guckst ja nie wenn ich was mach oder Papa du guckst ja auch nicht willst du leckerli haben oder was wer redet denn mit dir er fühlt sich angesprochen als du zählst du bist doch nicht mein Haustier doch noch nicht das können wir alles ändern oh Gott das Haus hier freut sich oder was er geht mal auf zu schubsen hier ich schubs ich schubse nicht ich bin schon gar nicht mehr da ich schaufel dich jetzt mit dem Schwert wär zu fies er irgendwer hatte warte nu ich pick's dich mit meinem Schwert wenn's so weitergeht lass das mal ja stimmt bevor sie alles verliert das wär ein bisschen scheiße nach unser Denkmal des Kaktusses steht noch ja sieht man von Weitem aus oh ne ne schon wieder so ein ey da ist ne Höhle Tintenfisch und da hinten ist Gold oh wo wie was jetzt bin ich neugierig wo bist du du Arschkramiden aufs Maul gerne ich muss mal bis auf den Boden kommen so okay dann muss ich mich also hier runter buddeln und ich muss dich erstmal finden ach verdammter Dreck ach verdammter Dreck und wird nicht für Ostdeutsche echt komplett es beziehungsweise finster eh nicht du hast auch so genau hier unten drum auch ich muss nur hier aus dem Neuladen dieses Lähe wie soll das denn weil ihr willst so ein fettes Loch war so jetzt weg geht es schon mal wo das kann man und schön gut schiefen damit Prozent ist jemand der Vorhose und das Heusel Plattformen gedönstigen es werden eigentlich das weiß ich gar nicht das ist gut sehr gut also ja das sehen die so ganz fertig also in 200 Jahren auch ich denke nicht dass es nach so lange dauert so mal sehen wann ich auf Ah hier hab ich's äh wie komm ich wieder hoch keine Ahnung wo bist du keine Ahnung folge meinen Namen Ingrid nein so heiße ich nicht noch nicht so will ich auch nicht heißen nicht mein Problem ah shit okay hab alles abgebaut wobei kein Gold mehr vorhanden auf dieser Welt ja alles weg alles hab ich weggeputzt na ging ja schnell ähm ich buddel hier noch ein bisschen rum vielleicht finde ich noch mehr ich hab einen Bogen seit wann denn das hast wahrscheinlich ein Skeletti gekillt da hab ich mehr als genug ich hab bloß keine Kohle mehr das kürzt mich an nur noch Schwarzpulver ich hab einen Steckkohl kannst ja mal versuchen Schwarzpulver in den Ofen reinzustecken was denn was passiert äh und dann bist du klein schwarz und hässlich warum machst du dir keine Kohle selber bestimmt auch wieder aber das ist mit Arbeit verbunden ich bin kein Arbeiter ich bin Sammler ich bin kein Jäger ich bin Sammler ich habe es gebaut hinten aus man auch immer ein Haus auch so du bist das mit das zählen ob die Städte das steht nicht so auf die Gäste ich glaube das Riesenbaum Städte Riesenbaum mit Fackel mit Fackel die Reise so so geklärt ah jetzt ich habe jetzt 6 Gold abgebaut ja danke mal sehen was wir hier noch drinnen finden mhm sobald ich anfange in den Himmel zu gucken leckt hier alles dabei solltest du das das einfachste für deine Kraka sein keine Ahnung was da für Probleme hat das geht über ihren Horizont über ihren? vielleicht siehst du das jetzt schon vielleicht vielleicht sind die FPS ja auch in einem Kreis angeordnete und wenn du bei 600 ankommst beginnst du wieder bei 1 hm kann sein ja wie ist so den Punkt riecht grad nicht komplett ab und warte wo ist die Sonne? oh Gott nein es wurde bald wurde dunkel wie spät ist es denn? guck auf die Sonne da wehst du es ich bin unter der Erde ach so na dann interessiert es dich eh nicht äh doch weil ich muss hier wieder raus warum? warum musst du wieder raus? weil ich ja einfach mitten in der Pampa irgendwo buddeln und? bau dein Haus kannst du doch auch die ganze Nacht weiter buddeln hm nimm mal gut mal gucken ich will grad sagen mitten in der Pampa wenn ihr dich zugedeckt hast mit Erde interessiert dass dich Fische auch ne? ja da seh ich nichts mehr ah fackeln hab ich keine machen Moment Moment kann ich nicht ne gar nicht auch nicht du bist doch so kohlearm hier hinten ist es noch mehr Lüge du bist so kohlearm ja hab doch schon gesagt hat keine Kohle Autsch ja und im Moment du ich hab hier noch Dreckhaufen abzubauen einfach mal hier hinten warte mal ich will erstmal mein Holz in der Pferd schauen so wo bist du? hier da wo ist du hier geil das kannst du schau mal in Richtung ähm Wald hier ja ach da springt sowas hässliches komisches ich renn mal hin und dann mach ich's kalt und dann mach ich lecker Flech draus Flech Flech das wird dann bloß lustig wenn ich die so schnell wie möglich abmocken muss Eier 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 so so ich glaub ich muss doch mal die Gamma Korrektur hochschalten weil ich seh langsam nichts mehr ja ich seh doch keine Kohle hier unten im Wasser oder wat nein da ach in der Höhle oder wat blub na gut ist wie ich se Bild was mit wie ich se Bildglas herstellen kann Na ich brauch irgendwo einen Stein oder sowas wo ich mich nicht drauf stellen kann oder so rausquäle ich glaub die Nacht werd ich nicht alt ich neige nämlich dazu ein großes Problem zu haben dass es stockfinster wird ich nichts zu essen hab außer vor aber doch ein Apfel irgendwas muss man ja essen damit man wenigstens so ich muss gucken da stehen die ersten Kackhäuser der Abboots die Markierungen sieht man lustigerweise drei Spinnen das ist nicht lustig sie haben mich nicht live gekriegt perfekt und ein Creeper die Marschblatt den machst du bumm ne oiga was oiga ja viel Erde kann ich Melke Jackson dann mitbesuchen naja vielleicht brauch er frischer hallo oh Gott das war uns gleich man musste damit auch immer nacht krass jetzt nochmals langsam und deutlich mein bester Freund macht das genau so mein bester Freund macht das genau so mein Handy ah gut jetzt hab's verstanden äh ich würd sagen der hat genauso ASD Elf Movie gesehen wahrscheinlich hui ist der Klassentreffen hallo welche Klasse so so man nehme Holz verbrenne es mit Brettern häusig auf Kohle hallo würdest du noch ein bisschen Holz nachwerfen äh 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 er macht sich so klug scheiß an zum Henker dann brauchst du mal hier hallo ah ja genau und es wächst und gedeiht und gedeiht wie es klickt hier wie ein Weltmeister was ist denn das für ein merkwürdiges Meeresrauschen weiß ich nicht das muss auch ein Mikrofon sein oder ist das Minecraft ne das ist Mikrofon würde ich sagen wird es rauschen und regnen draußen würde ich es verstehen aber so nicht mach ich jetzt kann ich wieder hochwandern weil ich jetzt wieder weiß was ich machen wollte die Frage ist ach dort das klingt müde das klingt müde oder ich wünsche Gesundheit ach du scheiße ja ne aber selber Sachen hier natürlich ich bin grad leicht überrascht was alles in unseren Kisten schon gelandet ist also an ja Erde aber ganz ehrlich wenn wir schon alleine bloß anfangen mit einer Burgmauer hört es dann schon wieder drauf so als Bleistift und sie baut weiter und wundert sich warum sie dann später attackiert wird ich? ja werde von jemanden attackiert sehr~~~~ seht mal jetzt